Das ist vielleicht der Durchbruch auf der Suche nach Leben auf dem Mars. Die NASA hat Strukturen fotografiert, die tatsächlich Spuren von Leben auf dem Mars bedeuten könnten. Die Hinterlassenschaften eines Mars-Wurms. Und wenn man sie hier auf der Erde finden würde, würde sie jeder genau als das als tierischen Ursprungs deuten. Also was, wann, wo, wie ist die Lage auf dem Mars? Jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Ja, wir haben ja schon öfter über Leben auf dem Mars berichtet und die Möglichkeit Möglichkeiten, dass es tatsächlich zumindest in der Vergangenheit möglich war. Immer wieder werden Indizien gefunden. Überall im All werden Hinweise darauf gefunden, dass Leben vielleicht nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall im Weltall ist. Dann wäre der Mars einer der Top-Kandidaten für Leben. Und erst vor wenigen Tagen hat der Mars-Rekonnaissance Orbiter ja riesige Mengen Wasser entdeckt. Wir haben ja darüber berichtet. Aber was der Mars-Rover Curiosity am 15. Dezember fotografiert hat, das ist wirklich atemberaubend. Auf dieser Aufnahme sind oben auf einem Stein Spuren zu sehen, die hier auf der Erde ganz klar Lebewesen zugeordnet werden würden. Die Übermittlung der Daten vom Mars zur Erde dauert ja etwas und auch die Analyse. Nach wenigen Tagen fand das Team der Curiosity diese Spuren auf den Fotos und war elektrisiert. Sofort schickten sie den Rover zurück, um die Strukturen näher zu untersuchen. Noch untersuchen sie die Fundstelle vollkommen ergebnisoffen. Doch jetzt ist schon klar, diese Fundstelle ist so oder so historisch. Das Forschungsteam forscht jetzt zunächst in Richtung von geologischen Erklärungen. Die wissenschaftliche Gründlichkeit erfordert dieses Vorgehen. Und bevor irgendjemand seine wissenschaftliche Karriere beschädigt, dadurch, dass er Spuren von Leben meldet, ist man da besonders vorsichtig. Als erstes berichtete der amerikanische Journalist Leonard David über die Entdeckung, recherchierte weiter und befragte Wissenschaftler zu dieser Entdeckung. Einer war Ashwin Vasavada, Wissenschaftler vom Mars Science Laboratory, so der Curiosity-Projekt-Titel. Er sagte zu Leonard David über die Möglichkeit, dass es sich um Versteinerungen handelt, also Spuren von Leben. Wir schließen es nicht aus, aber das wird sicher nicht unsere erste Interpretation sein. Ja, und wenn einiges darauf hindeutet, ist noch fraglich, ob die Instrumente des Mars Rovers Curiosity überhaupt ausreichen, um das zu bestätigen, also um Leben zu bestätigen. Die neuesten Fotos bestärken jedenfalls den Eindruck des tierischen Ursprungs. Sie sind rund ein bis zwei Millimeter dick, diese Strukturen, und fünf Millimeter lang, wie die Versteinerung der Hinterlassenschaft eines Wurms hier auf der Erde. Der Astrobiologe Barry D. Gregorio von der University of Buckingham, diese Strukturen gleichen Lebensspuren aus dem Ordovizium, die ich selbst schon hier auf der Erde untersuchen und fotografieren konnte. Noch sind das alles aber wirklich nur Spekulationen, aber es spricht schon einiges dafür. Zunächst sind solche Spuren hier auf der Erde in den allermeisten Fällen tierischen Ursprungs. Sie deuten auf eine Biturbation durch Lebewesen hin. Das heißt, Sedimente wie zum Beispiel Sand werden durch Würmer durchwühlt, sie hinterlassen dabei Gänge, füllen die sich wieder mit anderem Material, das sich wieder verfestigt, wird der Sand dann weggeblasen, dann bleiben genau diese Gebilde wie auf dem Mars übrig. Es können aber auch Gänge übrig bleiben, je nachdem, was nach dem Durchwühlen passiert ist. Die Ähnlichkeiten mit Fossilien, Versteinerung, also hier auf der Erde, ist jedenfalls frappierend. Und andersherum fragt sich Barry D. Gregorio, welcher geologische Vorgang überhaupt solche Strukturen erzeugen könnte. Ja, fraglich. Es bleibt also dabei der Eindruck, dass es Mikrofossilien tierischen Ursprungs sein könnten. Drängt sich auf. Andere Ideen gibt es noch gar nicht. Der Mars bleibt auf jeden Fall so oder so eines der spannendsten Themen zur Zeit. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden zur aktuellen Entwicklung. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abos Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit. Dafür draufklicken. Außerirdisches Leben an viel mehr Orten möglich. Ansonsten bis dann. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.